Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection-Update. Und ja, wir haben wieder einiges an Items gesammelt. Unter anderem, weil All the Things ein bisschen was gefixt hat. Letzte Woche war ja der Pre-Patch, da sind ein paar Items dann drin gewesen. Hier unter anderem ein paar weiße, zum Beispiel in den Startgebieten, die da nicht reingehört haben. Und jetzt haben sie die rausgenommen und zusätzlich war man noch relativ fleißig. Und ja, dementsprechend haben wir einiges plus gemacht. Letztes Mal waren wir bei 192 fehlenden Items, was 99,66% entspricht. Und jetzt sind es nur noch 152, was 99,73% ist. Zur kleinen Info, ich habe hier alles drin, bis auf die Quests. Die schauen wir uns am Ende nämlich dann nochmal separat an. Was ist jetzt einmal rausgeflogen? Und zwar, wie schon gesagt, diese paar weißen Items in den verschiedenen Startgebieten, die sind weg. Das ist ganz gut. Dementsprechend habe ich die jetzt hier nicht mehr in der Liste drin. Was dann auch noch jetzt raus ist, ist eine Geschichte, die bei den Legion-Invasionen bei mir noch am Start war. Und zwar ein Kolben, den habe ich Gott sei Dank bekommen. Heißt, das ist jetzt bei den Ereignissen hier raus. Wir haben aber dennoch immer noch hier Pre-Event-Geschichten, die noch drin sind. Und zwar Sachen, die wir erst kriegen können, wenn das Shadowlands Pre-Event startet. Das hier fehlt quasi mir noch. Und natürlich ist auch bei den Ereignissen hier die Sachen vom Geburtstag drin. Die können wir leider auch im Moment nicht holen. Dann schauen wir mal bei dem Wind hier. Hier ist ja auch noch hier das vom Pre-Event. Da musste ich ja RBG spielen. Das hat sich auch nicht geändert. Die paar alten PvP-Kisten sind auch noch drin. Bei Festtagen habe ich ein, zwei Sachen aus den Schlotternächten geholt. Die sind ja gerade. Also das haben wir wegbekommen. Und bei den Essenzen, mir fehlt ja noch die eine Rang-4-Essenz. Die werde ich aber wahrscheinlich auch nicht mehr angehen. Das ist hier eine heile Essenz. Die hat sich auch noch wacker gehalten. Und bei den Erfolgen hat sich ein bisschen was getan. Und zwar die Erfolge, die drin waren, habe ich mir geholt. Ich habe sowohl die Insel einmal durchgequestet, als auch die ganzen Haustierkämpfe. Oder das sind keine Kämpfe, sondern die Haustiere geliebt. Und beziehungsweise auch den Endboss oder den Boss in OG, also Rokan, umgehauen. Es sind jetzt aber leider neue reingekommen. Und zwar Stufe 60 und überragend, wo man ein 158-Item-Level haben muss. Die beiden kannst du erst machen, wenn Shadowlands live geht. Also sprich, die kann ich schlichtweg nicht machen. Das ist ein bisschen schade. Und auch die ganzen Items auf der Insel. Also hier Exiles Reach, die habe ich mir alle geholt. Habe das alles komplett durchgequestet mit dem Twink. Und auch tatsächlich ist das Dungeon abgefarmt. Weil da gibt es ja auch den einen oder anderen Loot, den man da drin holen konnte. Übrigens, damit verbunden, habe ich auch die ganzen Quests natürlich dort gemacht. Und die werden dann nachher im Questteil auch mit rausfallen. So, dann gucken wir jetzt das an, wo ich eigentlich noch das meiste habe, was fehlt. Und zwar einmal hier Dungeon und Schlachtzug. In Classic hat sich nichts geändert. In MOP auch nicht. Da brauche ich leider immer noch diese Waffe, obwohl ich sie die Woche einige Male gefarmt habe. In Legion hat sich was geändert. Dort habe ich jetzt endlich die Xavius-Schultern rausgezogen. Und zwar nicht bei Xavius an sich, sondern bei dem Windy-Car-Händler. Da kommt die Tage jetzt nochmal ein Video. Da werdet ihr sehen. Da ziehst du raus. Kleiner Spoiler. An der Stelle, ja, die haben wir gekriegt. Jetzt fehlen hier noch die Trash-Items. Also hier im Mythic HC und im LFR können quasi ein Trash-Loot droppen. Und ja, das muss ich jetzt demnächst mal farmen. Den Mite-Kolben, da bin ich dran. Den habe ich heute mit allen Ali-Chars, die ich habe, war ich im LFR drin. Also ich glaube, ich habe jetzt 40 Tris oder so ein bisschen mehr draufgehauen auf die Mite. Die Horden-Chars fehlen noch und leider können sie nicht alle looten den Kolben. Also ich glaube, ein Magier, ein DH, ein Hunter, solche Klassen können den Kolben leider nicht bekommen. Aber die Klassen, die ihn bekommen können, die habe ich heute gefahren. 40, 50 Tris leider nicht bekommen. Da bin ich aber auf jeden Fall dran. Genau, aber Xavius, Schultern haben wir weg. Und auch in Legion, bei den Legion-Invasionen, den Kolben habe ich auch gekriegt. Das sind ja zwei Sachen, die relativ selten sind. In BFA war ich wieder ein bisschen unterwegs. Uldir hat sich leider nichts geändert. Da sind immer noch die zwei Items, die ich brauche. Schlacht um Daza-Alor. Sind wir jetzt komplett durch bis auf Mythic. Ich habe heute im LFR tatsächlich den Dolch bekommen. Den habe ich mit einem anderen Schurken abgequatscht. Heißt für mich, nicht mehr Daza-Alor gehen. Nicht mehr in den LFR müssen. NHC und HC hatte ich ja eh schon fertig gemacht. Jetzt ist hier quasi nur noch Mythic drin. Das werden wir dann wahrscheinlich machen, wenn Shadowlands rauskommt. Weil sich das mit Randoms zu geben, ist doch ein bisschen anstrengend. Tigle sieht es ähnlich aus. Da ist ja auch nur noch Mythic drin. Und hier Eternal Palace. Da sind wir jetzt mit dem Normal-Modus fertig. Jetzt brauche ich auch nur noch zwei Items. Aus dem Heroischen-Modus. Den werde ich die Woche noch abfarmen. Habe ich bis jetzt noch nicht getan. Heißt, ich habe noch meine drei Rogue-Chars. Und dann hoffen wir, dass wir das mal fertig kriegen. Und das gleiche hoffe ich jetzt hier mit Uldir auch. Und Nialothar war ich die Woche noch nicht tatsächlich. Da gibt es einige Items, die ich mir noch holen kann. Sowohl im HC als auch im NAC. Da habe ich aber bis jetzt noch nicht so aktiv gefarmt. Werde ich jetzt vielleicht die Tage mal ein bisschen einsteigen. Mehr Zeit habe ich tatsächlich die Woche mit einem Questen verbracht. Und da können wir jetzt einmal umschalten. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf... Achso, ich muss die anderen Sachen ausmachen. Switchen wir einmal rüber. So. Hier auf Quests. Und wir hatten ja... Moment, jetzt muss ich mal schauen, ob ich es nochmal debuggen muss. Ob das so passt. Man spackt das nämlich ein bisschen, wenn man hier die Sachen umschaltet. Ich, ja, seht ihr, ich hatte nämlich mehr. Ich dachte mir doch, dass ich mehr hatte. Wir waren letztes Mal bei noch offenen Quests im Account-Modus bei 129, was 98,83% ist. Und jetzt sind nur noch 69% über. Also sprich, ich habe wirklich einige weggebastelt. Das müssten 80 Quests sein. 99,37% haben wir jetzt bei den Quests im Account-weiten-Modus. Und hier sind natürlich unter anderem ein paar Festtagssachen weggegangen. Also ihr seht hier, ist jetzt auch... Die Schlotternächte sind jetzt raus. Das habe ich fertig gemacht. Und unter anderem gab es ja unten noch einen anderen Tab. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß, wo ich diesen Pepe looten musste. Bei den Schlotternächten habe ich jetzt auch lang darauf gewartet, dass das kommt. Bei den Ereignissen ist ja... Ist noch ziemlich viel jetzt drin. Aber das ist halt auch die Questreihe, die kommt, wenn der Pre-Patch live geht. Also das kann ich bis jetzt noch nicht machen. Erweiterungsfeature ist diese Drohne drin. Die ist halt buggy. Ich habe das Mount, ich habe die Quest gemacht. Keine Ahnung, warum das angezeigt wird. Also ich habe sogar mit dem Char die Quest gemacht. Und das buggt halt einfach. I don't know, warum das drin ist. Ich hoffe, das fixen sie im nächsten Build. Dann schauen wir mal einmal bei Dungeon Schlachtzüge rein. Und da sind es eigentlich bloß noch die Quests in den alten Raids. Und zwar ist es sowohl Schwarzfelsgießerei, dann Grabmal von Sageras und Antorus so, dass es im Normal, im HC, im Mythic eine Quest gibt, um die Skips freizuschalten. Ich habe mit dem Main-Char alle Quests gemacht im HC und im Mythic. Und dann ist die NHC-Quest immer weg. Also wenn du die HC-Quest machst, kriegst du den NHC-Skip. Und ja, dann kannst du die NHC-Quest nicht mehr machen. Ich habe jetzt angefangen mit einem Twink, das zu machen. Quasi letzte Woche und die Woche habe ich es jetzt schon gemacht. Ich habe jetzt bei allem zwei von vier. Heißt, ich muss es noch zwei weitere Wochen mit diesem Twink durch diese Instanzen durcheiern. Und dann müsste ich diese ganzen Sachen alle rauskriegen. Und eventuell muss ich auch noch Nihalotha dasselbiges angehen. Aber da muss ich mal noch einen Twink finden, den so ein bisschen hingieren, dass ich Nihalotha auch machen kann. Genau, und jetzt der große Punkt mit Außenbereichen. Da war ich auch wieder fleißig. Da waren unter anderem Exiles Reach die ganzen Quests drin. Die habe ich alle abgeschlossen. Dann haben wir hier beim Heldenaufruf, habe ich dann mit dem Char, den ich aus Exiles Reach rausgelevelt habe, habe ich dann sowohl die Quest im südlichen Brachland gemacht, als auch hier die Quest im Schattenmontal. Und beide sind ein bisschen ätzend, denn die Quest im südlichen Brachland, die Heldenaufruf-Quest, die kriegst du nicht von diesem Board hier, sondern diese Quest kriegst du nur, wenn du hier im Abenteuerführer ein bestimmtes Level hast. Ich glaube Stufe 15 war es. Und dann kannst du die hier aus dem Abenteuerführer annehmen. Das ist nämlich ein Heldenaufruf, der eine andere ID hat als der, der hier ist. Bisschen weird, aber so ist das. Und selbiges ist auch beim Schattenmontal. Das Problem beim Schattenmontal ist, dass der Char ein bestimmtes Level haben muss. Und dann musst du das komplette Startgebiet, also diese P-Zone im Tandanschungel durchquesten. Und dann, wenn du hier ankommst, musst du die Quest, die du da hast, abbrechen, dich zurückporten in irgendein Lager, wo du halt so einen Heldenaufruf hast, dann die Quest annehmen und dann wieder zu dem NPC zurück, zu dem du vorher hingeportet wirst. Also du darfst auf jeden Fall nicht die nächste Quest annehmen. Das ist so dumm gewesen. Also ich musste extra einen neuen Char quasi machen, um das freizuschalten. Talador habe ich dasselbe probiert. Das Problem ist, irgendwas ist da schiefgegangen und das hat irgendwie nicht geklappt. Da muss ich mir jetzt eventuell nochmal einen neuen Char auf Stufe 20 leveln, dass ich das machen kann. Oder, weiß ich nicht, irgendwie versuchen, irgendwas tricksen. Aber wahrscheinlich wird es drauf hinauslaufen, dass ich mir nochmal einen Char leveln darf, was mich jetzt nicht sonderlich glücklich macht. Aber naja, das ist dann der letzte Heldenaufruf, was mir fehlt. Und ja, dann habe ich hier noch ein paar andere Sachen fertig gemacht. An Quests, die ich noch offen hatte. Unter anderem habe ich jetzt in der sengenden Schlucht eine Quest wegbekommen, die ich jetzt hier noch offen hatte. Und in den östlichen Königreichen waren es auch ein, zwei Sachen. Aber das sind lauter so kleine Geschichten. Jetzt habe ich halt viele Sachen drin, die ich schon mal probiert habe, die aber halt noch bei mir ein bisschen am Rumbacken waren. Und ja, so nach und nach werde ich die hoffentlich fertig kriegen. Es sind jetzt nicht mehr so viele tatsächlich, wenn ich jetzt hier durchgucke. Das meiste ist tatsächlich hier dann noch, wenn ich endlich mal die Seer auf R für dich habe. Also da muss ich die Seer, also von den Aldor auf die Seer wieder zurückbasteln. Und da bin ich im Moment noch ein bisschen so im Augenfarben dran. Genau. Aber das sind Sachen, die ich euch alle schon mal gezeigt habe, die ich jetzt hier noch offen habe. Da werden wir jetzt nicht mehr großartig drauf eingehen. Jetzt können wir noch mal switchen und zwar auf Char-spezifische Quests. Da hat sich nicht sonderlich viel getan. Da war ich das letzte Mal bei 110 und das waren 98,95 Prozent und jetzt sind wir halt bei 106, also vier Quests weniger und das sind 98,99 Prozent. Und da ging halt auch diese Spinne unter anderem raus. Und sonst, weiß gar nicht, was ich da noch so gemacht habe. Ich glaube, da hat es hier, hat hier noch irgendwas mitgezählt. Das Problem ist, was halt das meiste an Quests sind, ist halt tatsächlich hier die 38 in Exiles Reach und diese kann ich halt mit dem Main-Char nicht machen, weil nur ein neuer Char zu dieser Insel kann. Und ich hoffe, dass irgendwie die Leute von All the Things eine Möglichkeit haben, bei Chars, die Stufe 50 sind, das irgendwie rauszufiltern. Weil mit dem Char, das ist ja der Filter, wenn ich jetzt nur mit meinem Char die Quests angucke, kann ich halt das zum Beispiel nicht mehr machen. Das ist halt einfach verschlossen. Und auch die Schwarzfestgießerei ist auch verschlossen. Ich bin hingegangen. Mit dem Char kann ich die nicht abschließen, weil ich halt HC schon gemacht habe, habe ich euch auch vorher bei dem anderen schon erzählt. Genau. Also das ist ein bisschen blöd. Und ja, mal gucken, vielleicht machen sie da noch mal ein bisschen was. So wie ich es aber gesehen habe, werden in der Git-Version von All the Things ständig neue Sachen reingebastelt. Ich lade mir die jetzt aber bewusst nicht runter. Ich befürchte nämlich, dass sie so langsam die Sachen von Shadowlands zusammenkriegen. Es gibt ja einen Haufen neue Achievements, zum Beispiel hier, wenn wir reingehen, Shadowlands Raids oder Shadowlands Dungeons. Die sind im Moment noch nicht drin, aber die werden wahrscheinlich nach und nach eingefügt. Und dann habe ich einen Haufen Sachen, die ich noch nicht erfüllen kann. und da muss ich mal noch abwarten, ob ich mir dann die nächste Version runterlade oder nicht. Mal gucken. Gut, damit wären wir eigentlich wieder am Ende von dem kleinen Collection Update. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze ein bisschen interessiert beziehungsweise weitergeholfen. Und ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr nächste Woche, also sprich in sieben Tagen, gibt es dann das nächste Update immer zum Mittwoch beziehungsweise am Donnerstag kommt es dann raus. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Euer Tillar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.